ja grüßt euch willkommen zurück zu farcry zero dawn ah zero dawn ah new dawn entschuldigung und wir holen jetzt einen nächsten spätselisten mit ihr prosperity wieder aufbauen können und 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 hier kann man da sort das ist ein oh ja Ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, aber ach, was soll's. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, aber ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, aber ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, ob ich diese Woche überstehe, ob ich diese Woche überstehe, dass sie über einem Loch quasi am Rande des Abgrunds zur Hölle hängt oder so. Oh. Oh. da ist ja gefunden also klar ich habe aber ich brauche noch welche ich bin also ich bin in der verficktesten klemme die es je auf diesem planeten gab ich baue diese kräuter an weiß ich fand da hier so rum mit meiner reise apotheke und dann fällt sie mir runter einfach runter über den rand dieses schlaglochs oder was da ist ein jahres vorrat selbst gezogenes zeug drin und das hat mich vor acht mangelerscheinungen und vier infektionen gerettet allein in den letzten sechs monaten ich kann neues anbauen klar aber mal ehrlich nur unter uns ja das zeug da unten ist mein lebensretter ich halte es nicht aus bis zur nächsten ernte ach was bis zum nächsten monat menschen sterben heutzutage an den dümmsten sachen hol mir mein zeug und ich halte dich und deine leute am leben kannst du durch gewalt sterben wie dein gottes wollte aber eben nicht durch ich was weiß ich einen rostigen nagel hey hab nicht zu viel spaß ohne mich na überhaupt nicht ah da ist eine leiter ja natürlich oh haariges zittchen ich sehe keinen weg nach oben alter guck mal ob du einen anderen weg findest natürlich anstatt dass man dort lauter schrägmedelig abgerallen fallen wir tief ich bin nicht so gut Oh, das Wasser steigt aber verflucht schnell, Alter. Du rötest zurück zur Haushöhle. What the f**k? Ach doch, ich komme ja. Oh, das ist weg, Alter. Oh, okay. Jetzt wiederum ist das nicht steigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mir Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Oh, s**t. Oh, let's go. Alter, Alter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Jetzt kommen wir ja schon. Okay. Okay. Hey, du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser. Versuch mal die Leiter da. Schlangen sind nicht komisch. Die sind überhaupt nicht gechillt. Pass auf, wo du da unten hintrittst. Blödes Vieh. Ich hasse Schlangen. Meine Wasser. Und wo es Schlangen gibt, gibt's noch Krokodile. Oh, nee, warte. Das war Wasser. Alter, ist das ne langwierige Mission. Was ist das? 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 Hör. Fuck dich doch. Woah. What the fuck. Ey. Schleich die Hoverer. Woah. Motherfucker. Oh, Kackwurst, das Wasser steigt schnell. Bewegt deinen Arsch. Alter, los, 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 los. Alter. Kackwurst. Hör mal, du bist ja voll der Superheld, was? Ein super krasses Fitnessgenie. Du schreibst, was? Du schaffst das, ich glaub an dich. Schau dir vor. Heilige Tittenfeder, du hast es geschafft. Hol mein Zeug, okay? Meine Reise Apotheke. Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie. Ich liebe dich, verfick nochmal. Ich werde weiterleben. Kein Tod für mich, kein Tod für dich. Wir können weiter durch die Landschaft stolpern. Sobald ich meine zurück habe, kann ich alle mit solchen Reise Apotheken ausstatten. Alter. Alter. Oh, geil. Ja, immer her damit. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Oh, ho, ho. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Müttenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne drei Wochen später tot umzufallen. Nein. Echt jetzt. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so'n Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Alter. Okay, Alter. ? Jetzt geht es auf, ja. Als hit ist es die Alte Schörte für Wörter. Klein viel macht auch Mist. So, zurück zu Prosperity. Sorry. So, was brauchen wir noch? Ich unterstütze dich vielleicht. Okay. So. Fahren wir dort einmal hin. Ja. Also. Ich werde einmal schauen, was wir noch alles brauchen. Damit die Hauptmission weitergeht. Da steht. Ausstattungsverbesserungen. Okay. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich schaue mir das mal an und dann... Ah, so. Okay. Und dann schauen wir uns das auch. Und dann alles brauchen. Ja, dann bis dahin. Ich sage dann mal Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Was ist da? Ah. Ah. Jetzt da. Schau. Ah, das ist gemeint. Ah. Ja. Stufe 1. Ah. Ah. Das war mit gemeint. Okay. Okay. Jetzt ist jeder Tag ein scheiß Dilemma. Okay. Etanol brauchen wir noch. Ah. Alles klar. Ah. Ah. Okay. Ich brauche Etanol. Etanol. No. Ich brauche Etanol. Ich brauche Etanol. Etanol, wo gibt es Etanol? Etanol. Wo gibt es Etanol? Ah. Und es gibt Ethanor Und es gibt Ethanor Und es gibt Ethanor Und es gibt Ethanor Wir fahren dort hin Okay Okay E-Summer war in der Zwischenzeit Ethanor Ja Und dann schauen wir Wie es weitergeht in der Geschichte Bis dahin Danke fürs Zusehen Und ein Like Der lassen, weil es mir gefallen hat Ein Abo nicht vergessen Für mehr Videos Bis dahin Danke und Ciao Ciao